Hallo bei SUCCESS. Bemerkenswert, erfolgreich. Mit Philipp Schnieders. Wer ist sonst noch an deiner Seite? Und damit herzlich willkommen zur vierten Ebene, in der du zum bemerkenswerten Unternehmer richtig gut aufsteigst. In Ebene 1 haben wir uns darum gekümmert, dass es leider so viele Unternehmen gibt, wo die Unternehmer, wo die Chefs, wo die Denker und Lenker nur Feuerwehrmänner sind. Immer Probleme lösen. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Überall nur Probleme. Wenn du in dieser Situation bist, okay, nimm dir Hilfe. Such dir jemanden, der dir das ermöglicht, den Blick so weit rauszuwerfen, dass du überhaupt wieder was anderes siehst, außer nur Probleme. Das bringt den eigentlichen Input dabei. Das sorgt dafür, dass du wieder ein Ziel hast, dass du definieren kannst, wohin du überhaupt gehst. Und wenn du etwas weiter guckst, verschwinden einfach die Probleme, die du momentan einfach hast und dein Tagesgeschäft so sehr behindern. Und das ist wirklich eine total bescheuerte Situation. Die kenne ich. Komm da raus, such dir Hilfe. Klick meinetwegen success.de slash strategie, damit wir dich dabei unterstützen können. Aber das ist eine Sache, die musst du auf jeden Fall beenden, die übrigens nicht von Anfang an da ist. Also in vielen Fällen startet man nicht im Problembereich auf dieser blöden Ebene, sondern auf Ebene 2, nämlich der Wertschöpfung, wo wir als Unternehmer üblicherweise reinkommen, weil wir uns die Frage stellen, womit kann ich Geld verdienen, was kann ich gut, was kann ich so ansetzen, dass ich daraus profitables Unternehmen bauen kann. Und das machen wir. Ja, das ist so die Wertschöpfung. Und irgendwann gibt es für viele Unternehmer dieses supertolle Erwachen, um festzustellen, hey, es geht nicht nur einfach um meine Kohle, es geht darum, was ich meinen Kunden als Wert wirklich gebe. Diese eigene Lehre nicht nur mit Geld zu füllen als Unternehmer, sondern mit Sinn. Also Probleme für unsere Kunden zu lösen und die Wertschätzung, so heißt dann ja auch die dritte Ebene Wertschätzung, für unsere Kunden zu haben, um denen wirklich zu helfen. Nicht, weil es mehr Geld gibt, das wird es auch in den vielen Fällen und das ist eine eigene Stufe für Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Unternehmers, die so sehr viel mehr Sinn macht. Aber die Wertschätzung aus eigenem inneren Antrieb, aus einer Sinnes- und Geisteshaltung heraus, um wirklich den Kunden einen Mehrwert zu bieten und diesen Mehrwert, den wird meistens auch ganz gut bezahlt. Heute sind wir in dieser Episode auf Ebene Nummer 4 angekommen, und zwar eine Bewegung zu initiieren. Wenn du Menschen um dich herum hast, die dein Anliegen teilen, was einfach viel größer ist als das eigene Unternehmen und darüber natürlich noch bei weitem hinaus geht, dann reden wir über deine Mission. Dann reden wir darüber, was du mal irgendwann für dich definiert hast, warum du das Ganze überhaupt tust. Deine Existenzberechtigung, das, was du mit deinem Unternehmen schon gemacht hast, kann doch so viel größer sein, wenn du Mitstreiter bei dir hast, die dein Ziel genauso verfolgen, wie du es tust. Und da trifft das gute Zitat von Jim Rohn einfach wieder zu, der mal gesagt hat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und je besser deine Menschen um dich herum funktionieren und je mehr sie Energie reinbringen in deine Mission, desto weiter geht es überhaupt. Und es braucht jemanden, der das Ganze führt. Jemanden, der eine Gemeinschaft erstmal ergründet und nicht einfach nur Einzelkämpfer oder einzelne Unternehmen irgendwo hat, sondern diese Kräfte miteinander verbindet. Und das kannst du sein. Wenn du auf dieser vierten Ebene bist, dann sieh zu, dass du Gleichgesinnte findest, um eine Bewegung zu starten, die deine Mission noch viel, viel kräftiger unterstützt und in die Welt bläst, als es jemals dein Unternehmen auch nur könnte. Baue eine Gemeinschaft auf und führe sie. Deine Bewegung zu starten heißt, dir Multiplikatoren zu suchen, Netzwerk aufzubauen, Gleichgesinnte zu finden, Menschen zu finden, die deine Werte teilen. Das ist einfach in vielen Fällen ganz automatisch so. Wenn du sagst, mein Unternehmen macht das und das ist der Grund und der Zweck meines Unternehmens, dann wirst du so schon erkannt haben, dass es immer wieder einige Leute gibt, die sagen, hey, das finde ich cool. Und es gibt auch andere Unternehmer, die sagen, ich habe das Gleiche und das finde ich cool. Und wir haben das Ganze auch schon mal überlegt, aber wir sind nie dazu gekommen, weil es keinen gibt, der das Ganze anführt. Weil es niemanden gegeben hat, der dann wirklich das Zepter in die Hand nimmt und sich darum kümmert, dass das Ganze auch mit Substanz, mit Leben gefüllt wird. Und das solltest du sein. Die gleiche Mission, wie du sie hast, da kannst du die Kräfte bündeln und wirklich was Größeres schaffen. Die Welt um dich herum zu verbessern oder die Welt generell zu verbessern. Ich meine, viele Sachen sind irgendwann mal gestartet und dann gab es eine Initiative oder eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Gruppe von Leuten, wie egal sie sich genannt hat. Die hat etwas Größeres geschaffen, als die Einzelteile dieser Gruppe überhaupt jemals für möglich gehalten haben. Zum Beispiel Menschen zu helfen oder irgendwas anderes zu machen, aber nicht als gemeinnütziger Verein. Wir reden immer noch darüber, dass du ein Unternehmen hast und das natürlich auch Profite reinbringen soll. Das ist natürlich auch Lösungenbedarf, weil immer wieder irgendwelche Hürden sich in den Weg stellen. Es geht natürlich auch darum, dass du deinen Kunden in deiner Region das bestmögliche Lösungsportfolio da gibst, was du machen kannst mit deinem Unternehmen. Aber es geht auch gleichzeitig darum, dass du eine Ebene höher denkst und einfach mal überlegst, wer ist denn für meine Kunden in einer ähnlichen Situation noch Ansprechpartner? Wer ist das, der sonst noch sich mit meinen Kunden umgibt und vielleicht sogar die gleichen Interessen hat wie ich? Mit wem könnte ich, man sagt auch Huckepack-Marketing starten? Wie könnte ich einfach mein Ziel mit anderen Unternehmern noch besser verwirklichen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du bist Bäcker. Du bist einfach jemand, der irgendwann mal gestartet ist, seine Bäckerei von der älteren Generation übernommen hat und irgendwann hast du gedacht, ich muss das Ganze wieder neu aufsetzen, weil die Discounter mich auffressen. Ich muss mich positionieren, wenn es das Gleiche gibt wie irgendwo anders auch, dann habe ich keine Daseinsberechtigung mehr. Wenn es das gleiche industrielle Junkfood irgendwo gibt in der Bäckerei, nicht nur im Discounter, dann ist die Bäckerei, wie es so viele getroffen hat, recht schnell zu. Das heißt, die Menschen, die es jetzt noch so ehrenhaft gibt und eine Bäckerei betreiben, die haben sich schon in vielen Fällen sehr, sehr gut ausgerichtet. Und zwar so häufig entweder ein Kaffee dabei gemacht oder irgendwie andere Verpflegung. Es gibt aber auch sehr gute Leute, die haben das Ganze als Naturbäckerei aufgebaut. Das heißt, sie kommunizieren nach außen hin, dass sie nur vernünftige Getreide haben, dass sie keine industrielle Fertigung haben, dass sie wirklich darauf achten, dass sie gute Ware an die Menschen verkaufen, mit natürlichem Ursprung, alles Bio oder einfach nur natürlich. Es muss ja nicht Bio unbedingt sein, aber gute, natürliche Lebensmittel verkaufen. Und jetzt nehmen wir an, du wärst dieser Bäcker, der sein Unternehmen schon so ausgerichtet hat. Da brauchst du natürlich in vielen Fällen auch ein bisschen mehr dazu. Wie kommunizierst du das Ganze? Natürlich mit einer Story, die deine Werte untermauert, die den Kunden auch mal richtig greifbar macht, was du da tust. Und es gibt ja auch so andere Lebensmittelhersteller, die das Ganze machen. Guck mal bei dem Metzger bei dir im Ort, ob der nicht die gleiche Herausforderung hat oder in der gleichen Situation ist, wie du bist oder es warst. Und schau mal an, ob es Biobauern bei dir in der Region gibt oder ein Gemüseladen oder was weiß ich, Ökotrophologen oder Ärzte, Fitnessstudio-Betreiber, die das Ganze auch machen, die auch dafür sorgen, dass die Menschen eine gesunde Lebensweise haben oder Imker oder weiß der Geier was. Es ist völlig egal, welche Menschen du dir jetzt raussuchst, aber du hast ein ungefähres Gespür dafür bekommen, dass du nicht der Einzige bist auf dem Markt, der für seine Zielgruppe, für die Menschen in deiner Region gesunde Lebensmittel herstellt. Du bist nicht der Einzige, der dafür irgendwo Sorge trägt, dass sich Menschen in deiner Region gesund ernähren können oder ein gesundes Leben führen. Also such dir deine Kooperationspartner, such dir die Menschen, die Unternehmer und Unternehmen, die mit dir am gleichen Strang ziehen und führe sie an. Sei der, der die Bewegung startet. Sei der, der dafür sorgt, dass sich Menschen bei dir in der Region gut ernähren, besser fühlen. Sei der, der dafür sorgt, dass diese Initiative greifbar, erlebbar wird für deine Kunden und darüber hinaus für die Menschen in deiner Region. Als erstes Mal sollten wir uns darüber unterhalten. Ihr könnt natürlich sofort das Sortiment gegenseitig irgendwo aufnehmen und das Ganze natürlich auch kommunizieren, dass es einen Verbund gibt, dass es eine Initiative gibt, dass es eine unternehmerische Darstellung ist. Sagen wir mal, das Ding heißt jetzt einfach, is gesund. Dann gibt es auf einmal einen Flyer mit einem Aufkleber dabei und alle möglichen Leute haben dann auf einmal is gesund bei sich im Auto kleben. Wenn ihr es vernünftig geschickt gestaltet, findet ihr ja auch Privatleute, die das Ganze auch mit unterstützen. Es ist so viel größer, wenn man das mal sich überlegt, als einfach nur die Aussage eines Unternehmens. Und wenn es deine Bewegung ist, die du initiierst, dann partizipierst du natürlich mit deinem Unternehmen auch davon. Das heißt, du bist auf einmal der, der irgendwo in den Medien zu sehen ist, wegen der tollen Berichterstattung. Du bist der, dem die Menschen folgen und der Fachvorträge hält meinetwegen. Du bist der, der dafür sorgt, dass die Menschen, also auch deine Kunden in deiner Region wirklich erreicht werden. Sagen wir mal mit der Aussage, für eine gesunde Lebensweise oder damit sich die Menschen in unserer Region gesund ernähren. Jetzt ist die Frage, was soll das Ganze bringen? Wofür mache ich das? Und ich habe es vorhin schon so ein bisschen im Nebensatz gesagt, es geht nicht um Profit. Natürlich hat eine größere Darstellung deines Unternehmens und der ganzen Initiative, der ganzen Bewegung, die du auf einmal schaffst, auch profitable Auswirkungen. Das ist natürlich klar, aber in allererster Linie geht es um den Sinn, um das, wozu du als Unternehmer wirklich auch mal gestartet bist, mehr zu erreichen, dich selbst zu verwirklichen. Und das kannst du tun, wenn du wirklich bemerkenswert agierst, wenn du eine Bewegung initiierst, deine Werte nimmst, eine Story aufbaust und wirklich dafür sorgst, dass das Ganze viel größer ist, als du es bist, als dein Unternehmen es ist, weil du dir die Leute suchst, die mit dir für das gleiche Ziel kämpfen und dafür sorgen, dass deine Werte, dass deine Geschichte, dass deine Mission und deine Bewegung viel größer ist. Wenn du Lust hast, auf diese so sehr wertvolle Ebene zu klettern als Unternehmer oder da schon bist und nochmal die ein oder andere Hilfestellung brauchst, dann klick jetzt success.de slash strategie, füll das Formular aus, damit wir wissen, wie wir dich unterstützen können, dann telefonieren wir einfach mal miteinander, das Ganze ist kostenlos und da werden wir dann prüfen, wie wir dich unterstützen können, ob wir dich unterstützen können, aber klick jetzt success.de slash strategie. In diesem Sinne wünsche ich dir einen bemerkenswert erfolgreichen Tag. Wenn du diese Episode bemerkenswert findest, dann kannst du den Success-Podcast noch erfolgreicher machen. Für dich und für andere. Wir helfen Unternehmern dabei, bemerkenswert erfolgreich zu sein und diesmal brauchen wir deine Hilfe. Und zwar mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und gerne auch mit einem Kommentar dabei. Dann sorgst du dafür, dass unsere Arbeit Wertschätzung bekommt und auch von anderen gesehen wird. Abonniere den Success-Podcast gerne auf iTunes oder auf Spotify. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Klick jetzt success.de. Mein Team und ich wünschen dir einen bemerkenswert erfolgreichen Tag mit viel Success.